Hallo Deutschland, ich heiße euch herzlich willkommen Wir sind wie zum Mess, jeder Track ist von Herzen gekommen Wir machen Party mit euch, wir geben Gas in den Klo Also kommt her, strömt die Fläche, macht mal Party mit uns Hey Leute, willkommen zu einem Let's Play Together League of Legends 3 gegen 3 Mit dabei bin ich, kleiner Tom, Ratz alias Flo Sag mal hallo Hallo Und Läumläum alias Tommy, aber der ist gerade rausgeflogen, der ist gleich dabei Der Tom, gehst du wieder hoch, oder so? Ach, du Scheiße, ja, ich kann hochgehen Ja, du musst doch, weil Sion wird bestimmt unten sein mit Ashworks, ja Einer von den Fancappern geht hoch Ich denke, weil Sion war ziemlich fair Na geht, ne? Wollt ihr jetzt mal hochgehen oder erst mal unten warten, weil die wahrscheinlich zurück sind? Ja, warte erstmal Ja, okay Na, okay Na, okay Ja, die waren bestimmt da noch im Gras, alter Ja, bis wir rausgehen und die einfangen können Ja, hier draufgehen Ja, nicht, dass die da nachher im Gras waren, ne? Weiß schon, wo da oben Ja, merke ich ja gleich Ja? Ja, wo ist mein Deal? Ich bin weg! Fuck you! Ehrlich? Hast du überlebt? Ja, Mann! Alter, wow! Der hat die übelste Range! Ja, ich leb immer noch! Alter, bist du ein Lacker! Heftig! Alle drei nach oben, oder? Heftig bist du Lacker, ey! Ja! 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 Ja, das war klar, dass du nicht stunnst so gut Boah, alter! Verdammt, in Ordnung! Boah, wenn der mich nochmal stunnen kann, dann bin ich tot! Alter, die spielen nicht schlecht! Ich bin auch fast tot! Ja, klar! Und er stunnt mich und der hat mir einen fast zwei Ball knapp gezogen. Ist klar, Digga! Er hat sich ja erstmal übelstenschauen, wenn er will. Und der hat auch nichts zu Range! Ja, Mann! Ist voll gelitten, natürlich! Oh, aber! Mann! Man, verdient ich kann nicht mal die Clues sein! Mann, der hat aber kaum, guck mal, der hat kein Mana mehr! Ja, jetzt kann er erstmal... Ja, okay, jetzt kann er wieder einen Fähigkeiten machen. Ein, na zwei! Der hat den Drei! Und cool! Heifers kann man mehr, du Opfer! Haha, ha, 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 ha! Aber die SKA ja nur mit ihrer Ultis dann, ne? Hey, Tommy, sag mal, hallo YouTube! Hallo YouTube! Das war immer witzig, wie uns Tom angekündigt hat. Und hey, das... das... das Gloll-Lied, ne? Das wurde ja von... Wurde das gecovert? Oder wurde das... von dieser amerikanischen Tante gecovert, die das Friday-Lied mit derselben Melodie gesungen hat? Oder haben die beide das Lied gecovert? Keine Ahnung. Und das ist... Oóóóóó, kilow-Kंub schreibt... Heifers doch beploppt. RubyEND ผม denkt was ist oder es ist... Ey, ich tötere ihn! Seid ihr schon gestorben oder was? Ja, beide. Nee, gar nicht. Wir haben beide überlebt. Zwar ganz knapp, aber beide haben jedes Mal überlebt. Als ob, der mit 20 überlebt. Als ob, der mit 20 überlebt. Und welchem Level seid ihr? 4. Boah. Ich hasse, ey. Ja, wir haben auch Solo-Lane. Also die beiden unten sind 3. Okay. Ja, aber wir haben ja beide eine Solo-Lane, ne? Aber die stellen das nicht dumm an, Alter. Sion kommt immer als erstes raus, Stunt einen, dann kommt die Ash. Da haben die mich eben fast mitgekriegt, ey. So, dann kaufe ich auch mal einen hier. Einen Penisring. So, jetzt zählen wir 50 Gold für die Schuhe. Hätten die nicht auch schon da rein können? Ne. So, dann will ich mal eine Runde fienen, wa? Ein Level, ein Level noch, dann habe ich Ulti unten Sion SS, aber der steht wahrscheinlich im Gras. Ja, und der ist hier im Gras. Na, der hat Gras gewartet, der warst nur darauf, dass er mich stunnen kann. Oder dass sie Tommy kriegen. Tommy geht nicht vor, ohne Spaß zu Sion. Der hat Stunt dich, dann müssen wir Matschen. Richtig, richtig. Ich habe gleich schon mal eine Ulti. 100 Gold, ich habe meine Schuhe komplett geholfen. Boah, Alec. Ich sage mal so. Guck, da ist es nach oben. Ich sage mal so. Ja, das ist doof, aber ich brauche nicht mehr zu helfen, weil ich das auch direkt gucke. Du wirst mir auch voll Cyborg. Ja, meine Internetverbindung ist auch recht scheiße. Ich habe mir leckst gerade übertrieben, was geht ab? Oh. Oh. Ja, ich mache meinen Bruder anrufen. Alter, bin ich tot? Nee, du lebst. FPS ist gerade voll im Arsch. Hast du Downloads an? Dann gleich vorbei. Ja, dann beeil dich mal bitte, weil das leckt hier fürchterlich. Ja. Nee, ohne Witz. Ja. Jetzt wird es besser. Was? Jetzt wird es besser. Dann muss ich wieder ein Ulti. Nee. Nee. So, danke. Tschüss. Was geht ab, Mann? Alles ist es, das ist derbo uncool. Ja, lass mal lieber noch ein bisschen zurück. Oh, nö. Da kommen sie schon. Ja, die haben mich gestanden, ich habe noch meinen Ulti-Lauf weiter. Das ist da im Jungle. Das geht gerade ab, Alter. Ich habe gerade eine Attacke von denen da gesehen. Aber es war auch übertrieben, weil ich hatte nur Angst, ich wollte nicht fieden. Ah, da hast du sie ja unlaufen. Dann lass ich lieber mich dran. Boah, schluch, komm doch her. Scheiße, ich habe die falsche Ges... Ah, jetzt nur nur sein und dich. Nein, nein, ich habe kein Heal. Ja, kacke, hier haben sie... Hätte ich doch eher draufklatschen sollen. Hm, in der Distanz... Ja, in der Distanz... Ja, ich bin tot. Jetzt geht es wieder. Tom, hast du bis... Ah, beide noch gekriegt, ey. Ja, ich war fast tot. Ja, ich auch. Wer hätte sie von hinten draufschließen, nur so egal. Hab es ja auch gerade so gekriegt. Wow. Ich bin weg. Ja, ich nehme jetzt wieder auf, ne? Ich weiß irgendwie, was los ist im Moment, spackt mein Ton ab. Ach und zu habe ich das, äh, hier, ne? Irgendwie, äh, hier, es sagt ja, wird zum Berserker. Dann leckt der Ton so, wird, 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 zum, zum, zum. Ja, es sind wieder alle SS, aber Tommy hat seinen Ulti, das ist schon mal gut. Ja. Deswegen habe ich hier unten gerade auch einfach in Ruhe weitergelevelt. Ja, ja. Hatte ich ja auch vor, deswegen bin ich auch gegangen. Jetzt muss ich gerade einmal base. Oh, jetzt geht der, ja, Entschuldigung für die Unterbassung. Ja, ich bin mal gerade oben. Im Jungle. Oh, Stüche geklaufen. Aber so viel habe ich nicht verpasst, Leute. Meine Levelz habe ich jetzt ein bisschen aufgeholt. Oh, er ist Level 6, 4, 8. Sehr rad. Hab ich gestand. Ja, hier unten ist immer noch das S. Au, au, au. Fuck Ulti, Alter. Boah, was hat der ein Damn-It-China-Typ, ey. Juhu. Jetzt noch? Nein. Ich habe mir den Serras gerade in Tower gezogen. Das war der Sion, aber okay, lassen wir es doch mal. Hä, war der Sion. War der überhaupt unten? Nee, war der Sion. Zieh die S, dann hast du kaputt noch. Ja, ich kann erst... Tower, Power, Serrat! Und der hat seine Dings, seine Ulti-Anlagen. Hm, ich merks. Oh Mann, ey, die sind alle drei so leicht abzufarmen jetzt für mich eigentlich, wegen meinem schlächen Schaden. Hat er irgendwie nur gut geworden, auch nur warum macht er so viel Damage. Ja, der S-Tirat haut echt gut rein. Dabei hat er noch gar nichts für Schaden gemacht. Ich helfe dir. Ich komme auch. Ich habe die auch angezündet. Ich habe die auch angezündet. Ja, das ist ja auch nicht, die haben angezündet. Ja, aber der hat dadurch übelst Leben halt wiedergekriegt, ja, das habe ich gemerkt. Komm, du machen wir mal kaputt! Ich lebe, äh, wollte ich nicht leben, kann... Ich bin auch noch Gold. Bock! nicht er will und über die Böcke ein Zorn muss man auch mal die Timo für das eigentlich voll geil wenn du gegen Trümmer spielst der Sturm ja ich weiß auch wenn wir gegen Trümmer spielen oder so und ich mit 6 da kann man nicht so gut haben wir irgendwann mal aber das eigentlich voll geil weil dann blendest du ihn macht er dir keinen Schaden und dann prügelt sie die ganze Zeit mit deinen normalen Schüssen übelsten Schaden. Sonst machst du ja nur durch deine Fähigkeiten eigentlich Schaden. Im normalen Angriff machst du das kaum. Ja, so wie ich die Gegner sehe, da geh ich nach auch noch auf. Einfach zu schnell für die Krüse. Ah, der Sion ist hier, er ist auch. Ich probiere dir irgendwie entgegenzukommen. Ah ne, ich bin weggekommen, aber die machen jetzt meinen Rack auf. Das ist ja uncool, dann lass dich dabei doch mal stören. Ja, weg, aufhören. Haben sie schon, ne? Ja, ich prügel gerade mit Tomm ist schon den Sion kaputt. Nice crit. Nein, Ulti-Fail! Jetzt hab ich meinen Red Buffs. Hey Tom, woher hast du den Red Buffs? Ich hab den von Sion, ne von Ash oder so. Oder Serath? Tom, hau ab, Serath war auch hier oben. Ja, geh doch mal da rein, gucken ob der da ist. Ja, aber dann brauchst du ja nicht mehr hier rumgambeln. Da ist er. Ich wollte ja ein bisschen locken. Und den Humor. Zieh! Alles schon getan. Nice, nice. Tommi hat jetzt wieder ein bisschen Transformer-Style. Ja, ich hab vier, vier Balken voll. Scheiße, ich kann mich nicht mehr bewegen. Doch du, ja, gerade stehst du noch. Gerade stehst du still. Ja, versuch hier mal ein bisschen zu deffen. Ja, probier ich ja. Ich probier mich mal eine Base zu supporten. Einmal B drücken. Pass gerade nicht. Jetzt. Jetzt. Ja, 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 lass, 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 lass. Ja, pass, Flo, hau ab. Ja, ne, ich bin gestunnt. Ja, Ulti fail. Ah, Ulti gefailed. Wer, was? Ash hat ihre Ulti. Ash hat ihre Ulti, damit ich... Ja, hab sie grad gesehen, die ist an mir auch vorbeigeflogen. Ja, ich geh, Tommi, ich geh einmal Base, dann geh ich hoch. Einmal durch den Jungle, dann Drang. Jo, kann ich nach dem Plan. Ah, Schattenklingerei auch schon. Nur wegen dir, Tommi, hol ich mir jetzt immer Ruf des Hankers. Ja, Ruf des Hankers ist ja auch einfach ultrageil. Und vor allen Dingen, er macht acht Sekunden lang, obwohl du ihn nicht mehr attackst, danach immer noch Schaden. Ja, das schon. Aber... Das kommt immer drauf an. Dadurch hab ich schon einige Kills mehr gekriegt. Wenn du dann abhauen und du kommst... Das kommt drauf an manchmal... Aber ich denk mal, ich werd den auch irgendwann immer verkaufen und dann lieber ein Blutlöster dafür. Ja, da muss man grad mit zum Banken kommen. Da sind's alle drei. Zwei Lola. Zion und... Nee, mit meiner Freundin möchte ich jetzt nicht. Ja, ich kann zinofonieren. Ja, die haben wir gestunnt. Verton das doch noch ein bisschen mehr, dass es seine Freundin ist, dass jeder das mitkriegt. Sind sie sicher? Damit willst du das von RTL hier verneinen, von wegen. Gamer haben keine Freunde. Scheiße! Na ulti, sauber! Ja, nice! Das war nice! Genau so hatte ich sehr geplant. Ich wollte auf jeden Fall erst einen mit dem Team erwischen. Ja, hast du erst geplant, bis alle tot sind. Ich hab die so down gehauen, Alter! Und dann kämen die mich auch noch! Na egal, den Sion hab ich kaputt gemacht. Haben sie auch nix mehr von Dragon bis auf das Gold. Ja, ne, jetzt Tower noch kaputt machen, dass wir alle ein bisschen Gold kriegen. Ja, lass, ich hab ihn nicht. Ja, wir müssen mal jetzt einen Tower zumindest kaputt machen. Unten der, der ist zwar angeschlagen, der aber genauso wie der oben. Der oben ist sogar ein bisschen mehr down. Ja. Ja, den schaffst du aber, wenn die jetzt nicht kommen. Ich lebe aber schon wieder, Alter, also sei vorsichtig. Ja, Vion hat mich gerade gestunt. Boah, ey! Ich kriege ihn ab! Ich laufe voll rein im Pfeil! Nein, ich hab schon wieder... Doch, ich renne zumindest. Nein, ich stehe wieder! Jetzt stehst du im Gas! Jetzt rennst du wieder! Jetzt rennst du wieder! Jetzt bohrte ich mich schnell, Bait! Mhm. Bevor ich umstehe. Ich kriege mich jetzt schon wieder keine Verbindung. Das liegt übrigens nur an meinem droben Bruder, der gerade wieder irgendwelche Downloads macht. Mann, Mann, reißt mein Timo an! Mann, ich wollte weglaufen und in den Waff lassen, dann kommt der Scheiß wieder. Ah, meins. Boah! Als ob der so ein Lack hätte, Mann. Nein! Es kommt der Blitz gelaufen. Ja, ich hab Lowlight. Ich muss mich erst ein bisschen hoch hier. Wie fähig ich jetzt spiele gerade, ne? Oh, ein 2, 4, 7. Der Kollege. Boah! Mach kaputt! Tower kaputt! Und unten pushen! Mach kaputt! Mach kaputt! Und unten pushen! Aber der Sion ist da! Nö, direkt unten weiter! Der ist wieder da! Der ist gleich mal runter! Tommy! Komm noch weg! Ich geh runter in meinen Jungle! Schon wieder vier Balken voll! Was soll das denn? Ich hätte doch gesagt, das ist bald vorbei mit dem Download! Das dauert nicht zu lange! Du kannst mal rauskuchen! Ja, ich mach das mal! Was ist das denn, denn? Ich hab die hier gerade alle weggerockt! meine ulti alles erst schmiert ich hab schon wieder kaum internet, ich geh noch mal base Sion und Ash du hast eigentlich schon durchgespielt als Formas mittlerweile ja ja klar ich musste grad voll überlegen haha das sind jetzt 2 1 aber alle haben's gecheckt ja aber alle auch erst voll spät, Tommi auch Tommi hat auch ganz schnell Ash von oben, Ash von oben, Ash von oben Putz auf die Fresse Sion auf die Fresse naja hab ich gestanden, ich hab ihn gesloten ja geht immer noch nicht, ich hab immer noch dreieinhalb ja wei ich nicht, was du da machst ja dann machen wir jetzt mal unten Tauer ja, was du da machst, okay, mal unten Tauer Achtung, du gehst auf die Fresse das kriegen wir nicht da kriegst du auf die Fresse da gleich nochmal ein Reichweite kommt, kriegst du aber einen Button ja, das haut er wieder ab, ne, so'n Bock traut sich nicht 1 gegen 3, was für ein Noob echt, ich hab's gemacht und ich hab sogar fast überlegt ah, so'n Arschloch oh, ich kann mir fast ne KDU komplett kaufen, Alter, ich hab 3,5 Gold ich leg dir mal ein Eider hin, dass die nicht abhauen, wenn du sie ziehst, ne ja ja was macht das hier heute noch? mein Gott, ey oh, dann stunnt der mich auch noch, Tommi, der Tauer ja, ich merk das schon ja, irgendwie, so ja, Leute, das war das erste Let's Play Together mit Tommi und Flo, es werden noch weitere Folgen und bis jetzt beim nächsten Mal, ciao das war ja schon sehr langweilig, ciao das war ja schon